Ein Hauch an Retro Gaming für Blinde Betriebe haben in Rot ihre Türe geöffnet für SchülerInnen. Um 6.00 Uhr konnten sich die SchülerInnen in Rot auf der Landennacht der Ausbildung über verschiedene Berufsfelder informieren und beraten lassen. In vielen Bereichen ist ein Manne an Fachpersonal vorhanden, wegen der Flede, weil einfach viele der Meinung sind, Flede ist zu schwer. Das ist aber nicht so, weil es gibt Hilfsmittel wie dieser Kran. Auf dem Marktplatz war etwa mehr los. Hier waren die Polizei und Rettung und Helfer. Viele scheuen sich vor der Steuererklärung. Auch hier werden Astubis besucht, die mit dem Ausfüllen der Formulare zurechtkommen. Ja, am Donnerstag ist es schon soweit. Der 12-Stunden-Stream kommt auf uns dazu und was echt alles für spannende Spiele gespielt werden. Und wann wir genau anfangen, oder mit denen ist ab 10 Uhr bis 22 Uhr hier der Thriller. Ähm, das seht ihr da gerade ja schon. Ähm, oh Gott. Den Vertrag akzeptieren wir mal. Dazu brauchen wir aber auch erstmal was, wo wir auch ernten können, ne, meine Freunde? Wir bauen mal wieder etwa, der hier fleißig am Arbeiten ist. Ist er überhaupt schon noch mehr. Hier steht irgendwie ein Lama oder was das sein soll. Ja, auch von den Händen noch. Bist du noch nicht im Bett? Ich möchte schlafen. Du machst ja deine Felder. Das sind die härtesten Arbeiter. Ja. Im strömsten Regen. Leer ist. Niko will nicht losfahren. Er meldet sich. Mhh. Ach. Äh, 100 fahren, glaube ich. Euro Truck Simulator 2. Wir sind hier bei der langen Nacht der Computerspiele in der HTWK und gerade hier am Stand von den HTWK Robots. Äh, wir spielen mit kleinen, humanoiden Robotern, äh, kompetentiv Fußball. Hier sind die Roboter, über die Menschen gesteuert werden. Auf dem richtigen Spielfeld entscheiden die Roboter alles alleine, ohne von außen bedient zu werden. Die Computermesse, die bereits seitdem die Gamescom von Leipzig nach Köln weggezogen ist. Und Christian Barth hat mit einem Freund diese Spiele entwickelt. Da haben wir zwei Prototypen. Ähm, wir haben das eine Spiel heißt Dino-Need. Da muss man zwei Dinosaurier zueinander bringen durch ein 5x5 Grid. Also ein, ein, ähnlich wie ein Schachfeld im Prinzip. Und auf diesem Feld, also auf diesem Weg von Dino A zu Dino B können dann auch Hindernisse sein, die man zur Seite räumen kann oder die man umgehen muss. Mit Hindernisse hat er auch der Notarzt zu kämpfen, wie dieses Projekt zeigt. Die Nacht ist auch dazu da, um andere interessierte Treffen, vielleicht neue Bekanntschaften schließen und diese Verzahnung von digital und analog, dass wir die sehr eng führen können. In der Mensa gab es viele Brettspiele, die man ausprobieren konnte oder mit der anwesenden Person sprechen konnte. Jedes Jahr gibt es ein Thema. Dieses Jahr war es Gender, Sex and Diversity. Das heißt, wir schauen rein, wie werden in Spielen denn eigentlich Geschlechtsidentitäten abgebildet? Wie werden marginalisierte Gruppen dargestellt? Wie lassen sich denn Spiele von Menschen mit Beeinträchtigung zum Beispiel spielen? Gibt es Spiele, die darauf achten? Worauf sollte man dabei achten? Das ist eine ganz eigene kleine Welt tatsächlich für sich, die immer noch viel zu abgekapselt ist. Von der wir hoffen, dass wir damit so ein bisschen zeigen können, was alles möglich ist. Bei diesem Game möchte man insbesondere Menschen, die blind sind, an der Spielen begeistern. Wie mit einer 3D-Audio-Experience. Das heißt, wir arbeiten da mit Special Audio, mit räumlich verorteten Soundquellen um die Spielerinnen drumherum. Und die werden dann durch Charaktere, die wir in dem Spiel haben, zum Beispiel eine Fee, die auch so flattert, die dann auch so einen Flatter-Sound hat, im Prinzip durch diesen Raum geführt zu verschiedenen Punkten. Mit einer Erkennung ist es halt über 10 Jahre möglich, dass die Roboter alleine bewegen können, mit welcher Technik wird echt gemacht. Die steuern die nicht von der Seite, sondern die machen alles selber. Das heißt, die haben dann logischerweise einen kleinen Chip in sich drin, wie halt so ein Computer oder einen kleinen Computer auch in sich drin. Und die sehen dann zum Beispiel den Ball und durch ihr neuronales Netz, durch KI, sehen die dann, wo der Ball ist und dribbeln dann hin und schießen das dann rein. Und das wird alles auf dem Roboter selber verarbeitet. Also der Roboter denkt selber nach. Die Nacht in bis 23 Uhr. Natürlich war auch etwa online. Den LNC Masters, die beide im Livestream laufen, nicht viel mehr zu entdecken geben. Das war die Nacht der Computer-Spiele in Leipzig 2023. Und da sind auch schon wieder die News der Woche von dieser Woche. Geht auch wieder so schnell, aber wir sehen uns am kommenden Montag wieder hier. Und habt eine schöne Woche, kurze Woche. Bis dahin, macht gut, bleibt gesund. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.